Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit offenen Karten, die wir mit diesem verstörenden Foto beginnen. Kiew bei Neid vor dem Krieg, also vor nicht allzu langer Zeit. Eine europäische Metropole geschmückt und beleuchtet mit Terrassen, Touristen und Autos, eine lebendige Stadt bei Tag und Nacht. Winter 2023. Kaum Strom, Ausgangssperre, ein Teil der Bevölkerung geflohen, Todesangst, aber ausserordentlicher Mut und Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie konnte Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine, der eigentlich bereits 2014 mit der Annexion der Krim begonnen hatte, ein Land innerhalb weniger Monate verwüsten? Wir wollen in Erinnerung rufen, wie es in Europa wieder zu einem Krieg der alten Art kommen konnte. Einem Krieg um Territorien, in dem ein Staat einen anderen überfällt. Ein Blick auf die Karten. Die Ukraine ist hin- und hergerissen zwischen zwei grossen geopolitischen Einflusszonen, der EU im Westen und Russland im Osten. Ihre Fläche war vor der russischen Besatzung mit 600.000 Quadratkilometern etwas größer als die Fläche Frankreichs. Die Ukraine verfügt über Schwarzerdegebiete, die zu den fruchtbarsten der Welt gehören, sowie über Erz- und Kohlevorkommen in Donbass. Ihr Rohstoffreichtum, ihre Lage und ihr Zugang zum Schwarzen Meer, an das sie im Süden grenzt, erklären ihre strategische Bedeutung für den Kreml. Durch den von Russland seit 2014 geführten Krieg hat sie einen Teil ihres Gebiets im Süden und Osten verloren. Hier sieht man die Lage im November 2022. Von den 44 Millionen vor dem Krieg in der Ukraine lebenden Menschen sind über sieben Millionen seit Beginn der russischen Invasion geflohen. Die Ukraine ist eine ethnisch gemischte Nation. Vor dem Krieg waren 77% der Menschen ukrainischer und 17% russischer Herkunft. Dazu kommen ethnische Minderheiten. Ein Erbe der Vergangenheit ist die Zweisprachigkeit. Zwei Drittel der Menschen sind ukrainische, ein Drittel russische Muttersprachler. Mit erheblichen Unterschieden zwischen dem Westen und dem Zentrum des Landes mit 90% ukrainischen Muttersprachlern sowie den Regionen mit russischen Minderheiten, dem Donbass, dem Gebiet um Odessa und der Krim. Nun dazu, wie sich die russische Sprache in der Ukraine verbreitet hat. Der Landesname Ukraina bedeutet Grenzgebiet auf Russisch. Denn ab Mitte des 17. Jahrhunderts erstreckte sich das russische Reich auch über die Ukraine und über den Dnieper hinaus und Zar Alexander I. herrschte auch über das sogenannte Kleinrussland. Anschließend dehnte Katharina die Große das Reich in Richtung des Schwarzen Meeres und nach Westen aus. Das heutige Lviv, das bis dahin zu Polen gehörte, fiel an die Habsburger. 1917 erlangte nach der Oktoberrevolution die Ukraine für kurze Zeit ihre Unabhängigkeit und es bildete sich eine Nationalbewegung. Aber 1922 wurde sie als ukrainische sozialistische Sowjetrepublik in die UdSSR eingegliedert. Nun wurde auf Stalins Anordnung die Landwirtschaft kollektiviert, was Anfang der 30er Jahre zum Holodomor führte, dem Hungertod von 4 Millionen Menschen. Im Zweiten Weltkrieg verbündete sich ein Teil der ukrainischen Nationalisten mit den Nazis, die einen Grossteil der Ukraine besetzten. Millionen Ukrainer wiederum wurden zur Roten Armee eingezogen und kämpften gegen die deutschen Truppen. Eineinhalb Millionen Juden wurden auf ukrainischem Gebiet ermordet, die meisten von ihnen erschossen. Nach dem Krieg wurde die Ukraine nach Westen und Südwesten ausgedehnt und wurde nun sowohl die Kornkammer als auch die zweitgrößte Industrieregion des Sowjetreichs. 1991 ermöglichte der Zerfall der UdSSR es den Ukrainern schließlich, sich zu über 90 Prozent für die Unabhängigkeit zu entscheiden. Nach 300 Jahren russischer Herrschaft entschied sich das slawische Bruderland für die Eigenständigkeit. Bei der Präsidentschaftswahl 2004 kam es zum Bruch, denn in Moskau sah man nicht gern, dass sich Kiew der EU und der NATO annäherte, die sich beide nach Osten erweiterten. Die massiven Wahlfälschungen des prorussischen Kandidaten Viktor Yanukovic führten zur Orangenrevolution und zur Unterstützung des pro-westlichen Kandidaten Viktor Yushchenko, der die Wahl gewann. Aber das Land war gespalten, wie sich an den Ergebnissen der Stichwahl ablesen lässt. 2010 wurde dann gegen die amtierende Premierministerin der Kreml-nahe Kandidat Viktor Yanukovic zum Präsidenten gewählt. Im Winter 2013-14 kam es dann zum Krieg. Zunächst strömten die Bürger von Kiew auf den Platz der Unabhängigkeit, den Maidan, um gegen die Weigerung des Präsidenten zu protestieren, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Im Februar starben bei Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften in Kiew etwa 100 Menschen. Das Parlament setzte Yanukovic ab, der nach Russland flüchtete. Im prorussischen Osten, insbesondere in Luhansk und Donetsk, sowie auf der Krim kam es zu Aufständen gegen Kiew, mit Unterstützung Russlands, das einen faschistischen Staatsstreich anprangerte. Die Angliederung der Krim an die Ukraine beruht auf einem Beschluss Khrushchevs von 1954. Sie war seit 1991 eine autonome Republik und seit 1997 war Sevastopol der Haupthafen der russischen Schwarzmeerflotte. 2014 besetzten russische Truppen die Krim im Laufe einer militärischen Spezialoperation und am 16. März wurde nach einem völkerrechtlich illegalen Referendum ihre Angliederung an Russland verkündet. Die Ukraine verlor 70 bis 80 Prozent ihrer Flotte und ihr Zugang zum Schwarzenmeer und zum Asowschenmeer war durch die Annexion nun eingeschränkt. 2018 weihte Putin eine Brücke über die Straße von Kerch ein, die mit 18 Kilometern die längste Brücke Europas ist. Die Krim war nun mit Russland verbunden. Im Osten der Ukraine spaltete sich ein Teil des Donbass ab. Im Frühjahr 2014 brach ein Krieg zwischen von der russischen Armee unterstützten prorussischen Milizen und der ukrainischen Armee aus. Im Mai wurde die 427 Kilometer lange Frontlinie faktisch eine neue Grenze, nachdem die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Das Jahr 2014 war eine Zäsur in der Geschichte der Ukraine. Der russische Angriff schweisste das ukrainische Volk zusammen, das sich immer mehr dem europäischen Modell einer liberalen Demokratie verbunden fühlte und sich gegen den Angreifer um Präsident Zelensky scharrte. Als Wladimir Putin acht Jahre später die Ukraine angriff, waren die Ukrainer bereit, sie zu verteidigen. Am 24. Februar drangen russische Truppen von Norden, Osten und Süden her ins Land ein und bombardierten mehrere Grossstädte, insbesondere Kiew und Kharkiv, die zweitgrösste Stadt des Landes. Putin sprach von einer Spezialoperation, mit der man die von ihm als Nazis bezeichnete Regierung schnell stürzen wollte. Der militärische und diplomatische Widerstand der Ukraine verhinderte diesen schnellen Sieg. Anfang April wich die russische Armee im Norden zurück und konzentrierte sich nun auf den Donbass und die Küstengebiete. Die Belagerung der strategisch wichtigen Stadt Mariupol am Asowschen Meer dauerte drei Monate. Für die russische Armee ging es um eine Landverbindung zwischen Donbass und Krim. Als sich am 20. Mai die letzten ukrainischen Soldaten ergaben, war die Stadt zu 90 Prozent zerstört. Nach fünf Monaten Krieg hatte die Ukraine mit Unterstützung der NATO der Invasion standgehalten, aber ein Fünftel ihres Gebietes verloren, darunter Ischung, Luhansk, Donetsk und das wichtige Tor zur Krim, Kherson. Aber sie konnte den Verlust der drittgrössten Stadt des Landes, Odessa, verhindern und den Vorstoß der russischen Truppen nach Transnistrien aufhalten, einem abtrünnigen und prorussischen Gebiet der Republik Moldau. Die Kontrolle der Schwarzmeerküste ist ein entscheidender Aspekt des Krieges. Drei Viertel der ukrainischen Exporte, insbesondere von Getreide, werden über Odessa abgewickelt und die Ukraine musste mit der Blockade durch die russische Flotte fertig werden. Im Juli ermöglicht es ein unter Vermittlung der UNO und der Türkei zustande gekommenes Abkommen der Ukraine, ihren Weizen und Mais doch zu exportieren, nachdem in mehreren Ländern in Afrika und Asien Hungersnöte drohten. Anfang September startete die Ukraine, die von ihren europäischen und amerikanischen Partnern moderne Waffen erhalten hatte, eine Gegenoffensive im Osten und im Süden des Landes. Innerhalb kurzer Zeit eroberte sie 3000 Quadratkilometer zurück, darunter Ischung und einen Teil der strategisch wichtigen Region Kherson. Der Kreml reagierte mit dem Beschuss von Kiew und organisierte Referenden über einen Beitritt zur russischen Föderation in Zaporizhia, wo Russland das größte AKW Europas kontrolliert, Luhansk, Donetsk und Kherson. Am 30. September wurden die Gesetze zur Annexion feierlich unterzeichnet. Diese Flucht nach vorn ermöglichte es Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen für den Fall der Verletzung russischen Staatsgebiets und zum Schutz jener zu drohen, die er nun als russische Staatsbürger betrachtet. Doch weder die atomaren Drohungen noch die Teilmobilmachung in Russland verhinderten, dass die ukrainische Armee ihre Angriffe fortsetzte. Durchbruch im Donbass, Beschädigung der Krimbrücke, Angriff mit Drohnen auf Sevastopol und Rückeroberung von Kherson, der einzigen von der russischen Armee seit Kriegsbeginn eroberten Regionalhauptstadt. Soweit zu unserem Rückblick ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, der in Wirklichkeit bereits mit der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass begonnen hatte. Die ukrainische Identität ist gestärkt und Kiew beruft sich auf seine Zugehörigkeit zu Europa und zur Demokratie. Putins Versuch, die Ukraine zu russifizieren, ist gescheitert. Dafür terrorisiert er nun die ukrainische Bevölkerung, indem er ihr im Winter 2023 in jeder Hinsicht die Wärme und das Licht entzieht. Zum heutigen Thema empfehlen wir Botschaft aus der Ukraine, eine Sammlung von Reden des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy, erschienen im Siedler Verlag. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns und unsere geopolitischen Aspekte auf arte.tv. Bis bald. Tschüss, bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020